Golden Chachoag, das Länderspiel England gegen die Niederlande, wurde aufgrund der Ausschreitungen in London abgesagt. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich die Ausschreitung nicht gut heiße, aber auf der anderen Seite kommt die Absage dem HSV doch zugute. Denn Jeffrey Brümer kann so beim HSV trainieren und das Verletzungsrisiko ist somit gemindert und sein Einsatz gegen Hertha BSC am Wochenende sicherer. In diesem Sinne, nur der HSV!